die absolute produktneuheit von costal die ich hier enthüllen darf ist die eigene wallbox mit der costal den kreis zwischen energie erzeugung und dem laden von energie jetzt schließt bei der langjährigen erfahrung des unternehmens im automotive bereich war dies ein logischer schritt und ich darf jetzt den vorhang lüften trommelwirbel das ist sie die wallbox enectar ac 3,7 11 von costal ich muss sagen schönes und gleichzeitig praktisches design einfach einstecken und laden anschlussfertig verdrahtet durch die schutzklasse ip 54 auch draußen montierbar inklusive einem 7,5 meter langen kabel das besondere und einzigartige es gibt optionale komfortfunktionen die per aktivierungscode freigeschaltet werden können zum beispiel kann die wallbox per app gesteuert werden via costal solar app findet das monitoring statt und man kann zwischen unterschiedlichen lademodi wählen er kommt ende des jahres in den verkauf also sichern sie sich gleich die passende menge für ihre kunden ich freue mich schon drauf ihnen den enector im detail vorzustellen auch hier gilt bleiben sie am plus der zeit mit dem enector im 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 Untertitelung des ZDF, 2020